Die Bildqualität Zur Bildaufnahme verwendet die Sony Cybershot QX100 den Bildsensor der RX100 II. Dieser ist 1,0 Zoll groß und besitzt einen ISO-Empfindlichkeitsbereich von 160 bis 25.600. Wie bei der Cybershot QX10 kann die Sensorempfindlichkeit leider nur von der Kamera eingestellt werden. Der Fotograf kann die Sensorempfindlichkeit nicht anpassen. Dies bedeutet natürlich auch, dass wir Ihnen in unserem Bildqualitätsvergleich nur eine Tagaufnahme mit ISO 160 und eine Nachtaufnahme mit ISO 320 zur Verfügung stellen können. Aufnahmen im RAW-Format sind mit der QX100 leider auch nicht möglich. Die Bildqualität des 1,0 Zoll großen, rückwärtig belichteten Exmo ECMUS Sensors bewegt sich bei ausreichend Licht in etwa auf dem Niveau der RX100 II. Die Unterschiede sind allenfalls nur gering. Die Detailwiedergabe ist daher hoch und liegt natürlich sehr deutlich über jedem anderen Smartphone auf dem Markt. Bei weniger Licht zeigt das Bild dann eine stärkere Weichzeichnung. Details werden nicht mehr so gut wie bei der RX100 II aufgelöst. Einen interaktiven Vergleich der hier gezeigten Bildausschnitte finden Sie auf dkamera.de In diesem Bildqualitätsvergleich haben Sie die Möglichkeit, die gezeigten Bildausschnitte interaktiv zu vergleichen. Hier können Sie die Vergleichskameras festlegen, sofern vorhanden ein Objektiv wählen und die Bilder in verschiedenen Situationen vergleichen. Dazu zählen die Lichtverhältnisse, Tag, Nacht oder Blitz, das Bildformat JPEG oder wenn vorhanden RAW, sowie die ISO-Empfindlichkeit. Neben verschiedenen Kameramodellen können Sie dabei auch ein bestimmtes Modell mit unterschiedlichen Einstellungen vergleichen. In diesem Beispiel zeigen wir die Ausschnitte einer Kamera bei ISO 800 und ISO 6400. Im zweiten Vergleich stellen wir die Aufnahmen bei Tag und Nacht gegenüber. Bis zum nächsten Mal.